Einen wunderschönen guten Tag, Exit am Start, mit Metro Love Light, und, ja, weiter geht's, wa? Durch die Finsternis, durch die Katakomben, durch die Metro von Moskau. Ne Moskau, holen wir uns. Einer Filter, ja, läuft, gut. Leicht ein, weiter geht's. Ja, also ich, he? Wow, bis, bis. Klein Scheißer. Wie, du hast nichts, oder was? BAM! Das Ding ist ja ganz schön kaputt hier. Das arme Teil mühselig zusammengebaut und dann kommt hier einer wie Exit und macht die Scheiße hier im Arsch. Hehehe! Und dann noch Spaß dabei! Tschüüüüüüüü! Komm, gib привac', junge! Das gleiche muss an den Wichsern vorbei. So. Jetzt komme ich hier nicht weiter, oder was? Oh oh, Battle Reload. Das sind ja welche. Ja. Nein. Was? Ich würd erst mal hier drinnen stecken oder was? Ist ja nice. So, was macht man hier? Was gibt's denn hier? Toll. Bitte lauten Sie einmal im Kreis. Das Lichtflagger, das ist ja nichts für Epileptiker hier. Ach, hier steht einer! So. 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 Sobald eine Person gerufen wurde, bekommst du sie sogar fest. So. 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 rum. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, gell? Gut. Dann wollen wir mal zu den mysteriösen Fremden hinten gehen. Ach, der ist schon tot. Abgeschlachtet. Ein Dokument wieder mal. Jemand sagte mir einmal, dass die Metro auf dem Wasser steht. Normalerweise kann es nicht in die Tunnels eindringen. Die bewohnten Stationen haben Pumpen, die Tag und Nacht arbeiten, um das Wasser rauszuhalten, das von draußen herein sickert. Aber es gibt auch Orte wie diesen hier, wo die Tunnels sich in unterirdische Flüsse und die Stationen sich in Inseln verwandelt haben. Das wird mich nicht aufhalten. Ich werde meine Verfolgung auch auf dem Wasser fortsetzen. Die Tretiakowskaia ist bereits in Sicht. Okay. Okay. Ja, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Alexa! Aha! Toll! Ganz, ganz, ganz großes Kino hier! Verdammte Scheiße! Uhre! Wo bist du denn mit hin? Gut, dann fahren wir halt mal dahin! Scheiß Fliegen, Junge! Was hat's mir jetzt gebracht, als ich das da reingehe? Verdammte Scheiße! So! 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 So, ihr kleinen Motherfucker! Was ist hier los jetzt, ey? So! 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 Bin ich jetzt, nicht wirklich jetzt, bin ich jetzt? Bin ich jetzt hier umsonst lang gefahren? Ob man die auch wegschieben kann? Freunde. Ähm, ne. Scheiße. Okay, okay, oooookaaay. Gehen wir nochmal hier lang? Hm. Hab ich hier irgendeinen Eingang verpasst? Oder kann ich mich vielleicht so vorbeischmögeln? Schauen wir mal. Äh. Ähäähä. Er lässt mich nicht da rein. Sieht nicht so aus, als könnte man das hier irgendwie kaputt fahren. Sieht mir auch nicht so aus, als würde es treten weitergehen. Dann muss es ja hier drinnen irgendwo... Ja. Irgendwie da drinnen wartegehen. Was ist denn das hier? Hm... Hm... War ich zwar schon drinnen... Ist ja geil, dass sie noch hier drinnen liegen. Fick die Beine an, ey. Tatsache hier, sack er sie hier. Allzu weit können die jetzt noch nicht weggerannt sein. Die Beine, nun... Ich muss ja am Ende ganz zurück... Wie komme ich denn hier rein? Komme ich denn hier rein? Wie geht's denn das hier? Wie geht's denn das? Wie geht's denn das? Wie geht's denn das? Das ist doch nur Holz! Das ist doch nur Holz! Wie komisch darüber! Verdammt die Scheiße! Das Ding kann ich ja auch nicht wegballern hier. Ohne mir das Genick zu brechen. Aber... Nee, nix aber. Ich dachte ich kann nicht hier drauf, um... Um eventuell vielleicht sogar die Dinger hier wegzuschieben. Ach, Herrgott! Na gut, Mädels! Hilft alles nischt! Müssen wir mal Schluss machen hier. Weil... Komm grad nicht weiter. Aber nächste Folge, verspreche ich euch... Hab ich das Rätsel gelöst! Bis dahin, seid wachsam! Und bleibt anständig! Guckt euch meine Videos an! Tschüss